... und dann wird es fertig, Schuss und Schuss. So, den Mund her mit dem Fels. Franz, ich verbiete dir. Maul halten. Hier hast du Pause. Ich habe das Kommando. Hätt dich los. So, komm. Nein, und es ist feier. Feier. Scheiß Amis. Feige Hund. Ach so. Ach so. Ha, ha, ha. Schaut er dir. Jetzt ist es aus. Die nächste. Ha, 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 ha. Schau. Schau. Sieh Chance, Fubi. Die. Feier, die ist daneben gegangen, Frau Hans. Woher die überhaupt von uns? Ich hab das aber noch gesagt, Edmund. Alles hört auf mein Kommando. Nicht aus, absolutes Schwein. Wo suchst du? Xingo, dreckiges Verbrecher! Wir wollten es nicht, Ernst. Sehst du nicht, dass bei uns Füster ist? Echt gut! Aha! Jetzt haben Sie da verloren, Herr Sackle. Jetzt weiß ich, wer mit beschussen will. Und ob Sie es daheim sind, jetzt sind sie Bagage, an friedlichen Menschen ins Zimmer reinschießen, was? Aber das kostet Ihnen was. Das geht wieder schriftlich. Räuchtsrufe die Polizei. Die Funkstreife! Sofort gehst du zum Telefon und rufst die Notnummern. Momentan! Einsperren sollt sie Ihnen! Die Schwarz werden! Sie BÜHER SIE! Dass ein Scheiß drauf ist! Ist ja wurscht! Ich bin da aufgetreut. Der Trottel vom Vis-a-Vit-Grahe Das geht nicht so weit, Herr Sackle. Das ist ja nicht so weit, Herr Sackle. Ja, ja. Sie Floschen. Ja, das geht nicht so weit. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020